Die Challenge ist eröffnet. Biberach, wir sind wieder in diesem Stadion und bei uns sind Timo und Michaela. Hallo, hallo. Hallo. Und das ist eure Challenge. Deswegen würde ich vorschlagen, Claudia, die zwei sollen sich mal battlen, oder? Genau. Sagt uns doch mal, wie ihr euch gegenseitig findet und warum ihr glaubt, warum der andere besser ist. Muss ich anfangen? Na klar. Erstmal sind wir viel mehr. Zweitens haben wir gerade schon festgestellt, dass die Wahlen von uns Frauen größer und stärker sind wie eure. Deine nicht, Claudia. Ich weiß nicht, vielleicht will er auch mal was sagen. Möchte Timo auch was sagen? Klasse statt Masse. Quantität statt Qualität. Und ich denke, selbst wenn unsere Wahlen nicht ganz so muskulös sind, es kommt hier auch aufs Köpfen drauf rein. Die Challenge hat mit Fußball zu tun. Wir machen Elfmeterschießen. Ja. Aber. 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 Gut. Ne. Aber. Ihr müsst euch sieben Mal drehen. Also Hand oder Finger auf den Ball, sieben Mal rum und nach der siebten Drehung direkt auch abziehen. Und wer mehr trifft, hat gewonnen. Und wer mehr trifft, hat gewonnen. Und wer Unit. Und wer Nummer. Und werbefore WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank.